Dieser äußerst pfiffige Bügeltisch hat ein sehr kräftiges Gestell und eine besonders breite Bügelfläche, die sich ausgesprochen gut zum Bügeln von Bettbezügen und anderen großen Textilien eignet. Und die Qualität ist hervorragend. Darum gibt es diesen Bügeltisch mit 10 Jahren Garantie. Etwas, das sehr praktisch ist. Der super stabile Bügeltisch hat eine wasserdichte Arbeitsfläche und eine Aufhangwanne mit Aquabol, damit kondensierter Dampf ablaufen kann. Also nie mehr Wasser auf dem Boden. Die super praktische Halterung für Dampfgeräte, die sich für alle gängigen Dampfstationen eignet, ist klappbar und damit platzsparend und hat einen hohen Sicherheitsrand. Das wunderbar praktische Design ist ergonomisch. Sie haben die Dampfstation immer auf der richtigen Höhe. Der clevere Bügeltisch hat eine Sicherung, sodass er nicht aus Versehen zusammenklappen kann. Ein unverzichtbares Produkt, wenn Sie kleine Kinder haben. Außerdem verhindert die Verriegelung des Gestells, dass der Tisch aufklappt, wenn er das nicht soll. Die dampfdurchlässige Arbeitsfläche misst 124 x 45 cm. Die Höhe kann in sieben Stufen von 75 bis 98 cm eingestellt werden und perfekt passende und super schicke Ersatzbezüge gibt es auch.